Hallo und herzlich willkommen. Wie real ist die Bedrohung einer grünen RAF, die im Namen des Klimas sogar vor Menschenleben keinen Halt mehr macht? Eine am Montag in Berlin verunglückte Frau ist fast gestorben, weil der Rettungswagen nicht zu ihr durchkam. Der Grund, sogenannte Klimaaktivisten haben sich an die Straße geklebt und so den ganzen Verkehr lahmgelegt. Über die Gefahr, die von diesen Klimaextremisten ausgeht, möchte ich heute mit dem Experten für Innenpolitik der AfD-Bundestagsfraktion Martin Hess sprechen. Hallo Herr Hess, schön, dass Sie da sind. Wunderschönen guten Tag, Frau Seidler, grüße Sie. Herr Hess, ich habe den Vorfall der verunglückten Frau kurz umrandet. Was genau war passiert und wird das etwas sein, was uns in Zukunft häufiger begegnen wird? Nach meinem aktuellen Kenntnisstand war es so, dass es wohl zu einem Unfall kam zwischen einem LKW und einer Radfahrerin. Die Radfahrerin wurde dabei eingeklemmt und auch schwer verletzt. Sie bedurfte also der dringenden lebensrettenden Hilfe und die sogenannten Klimaschützer hatten eben die A100 wieder mal blockiert. Und so kam es dazu, dass das Rüstfahrzeug der Feuerwehr, das eben bestimmte Werkzeuge dabei hat, um solche eingeklemmten Personen zu befreien, dass das schlicht und ergreifend nicht zum Einsatzort durchkam. Es wurde von diesen Leuten aufgehalten. Und da sieht man, was das für eine Qualität hat. Mich stört wirklich ungemein, dass bis zum heutigen Tage hier von Aktivisten gesprochen wird. Das sind Extremisten und durch solche Vorfälle, wie wir sie jetzt hier sehen, wo Menschenleben bewusst gefährdet werden, wo der Tod einer Frau billigend in Kauf genommen wird. Das überschreitet für mich schon die Grenze zum Klimaterrorismus. Wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf, natürlich werden wir das häufiger erleben. Wir sehen doch, dass sich diese Vorfälle entsprechend häufen. Wir wissen, dass allein in Berlin 18 Mal Einsatzfahrzeuge nicht rechtzeitig zum Einsatzort gelangen konnten, weil es solche Klimaproteste gab. Und deshalb muss jetzt damit endlich Schluss sein. Man muss diese Gefahr klar als das benennen, was es ist. Klimaextremismus, Klimaterrorismus, die Menschenleben massiv gefährdet. Und deshalb muss hier auch entsprechend ganz konsequent dagegen eingeschritten werden. Rainer Wendt, das ist der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, hat sich jetzt aufgrund dieses Vorfalls in Berlin ungewöhnlich deutlich geäußert. Ich zitiere, das sind keine Demonstranten, sondern radikale Extremisten, die unseren Rechtsstaat ablehnen. Lassen wir sie gewähren, drohen schwerste Straftaten. Diese Leute gehören hinter Gitter. Teilen Sie seine Meinung und was fordert die AfD-Fraktion? Das habe ich bei allem Respekt vor dem Kollegen Wendt, aber das habe ich schon lange vorher genau so artikuliert, weil wir nämlich auch über andere Aktionen, ich erinnere nur an Luisa Neubauer, die ja gedroht hat, Pipelines in die Luft zu sprengen, das bereits als klare Gefahrenlage erkennen mussten. Und es ist doch sonnenklar, dass wenn wir zulassen, dass Hauptverkehrsstraßen blockiert werden, wenn sozusagen die derzeit Regierenden das Relativieren, Verharmlosen fast schon insgeheim bewundern, dass das natürlich dazu führt, dass die Situation sich immer weiter verschlechtert, ist doch sonnenklar. Und dass diese Leute hier maximal bestraft gehören. Aber das ist nicht nur der Weg der Bestrafung über die Gerichte. Das ist für mich völlig außer Zweifel. Und wenn wir sehen, dass bei aktuellen Gerichtsurteilen, obwohl die Täter sagen, sie werden es wieder tun im Gerichtsverfahren vor Gericht, dann die Richterin sagt, naja, ich habe ja selber auch einen Sohn und das Ziel ist ja aller Ehren wert. Und dann nur zu 200 Euro entsprechend verurteilt, dann läuft hier was gehörig schief. Dann muss man den Begriff Kuscheljustiz verwenden und das muss so schnell wie möglich eben der Justiz klar gemacht werden. Sie ist unabhängig, sie muss die Gefahrenlage richtig bewerten und muss demzufolge auch harte Strafen hier entsprechend umsetzen. Und für mich ist klar, dass solche Leute natürlich auch bei entsprechenden Vorfällen, so wie jetzt im aktuellen, ganz klar eine Gefängnisstrafe erhalten müssen. So etwas kann nicht weiter hingenommen werden. Und ich sage es nochmal, das fängt nicht erst bei der Gefängnisstrafe an, sondern die Polizei muss hier wesentlich effizienter, effektiver, wesentlich robuster gegen diese Blockierer einschreiten, wenn wir dieses Phänomen in den Griff bekommen wollen. Ja, diese Blockierer zeigen gar keine Reue, sondern eher sogar nur Hohn. Konkret zu dem eingangs in Berlin genannten Fall hat sich der selbsternannte Klimaaktivist Harzio Müller geäußert. Es ist Klimakampf, nicht Klimakuscheln und Shit Happens. Was empfinden Sie, wenn Sie so ein menschenverachtendes Verhalten hören? Das sind genau die Leute, die die geistige Grundlage für diesen Klimaterrorismus legen. Und gegen diese Leute müssen wir konsequent vorgehen. Und ich sage es ganz deutlich, wir haben das ja jetzt in Bayern, das muss man neidlos anerkennen, die haben solche Klimaaktivisten präventiv in Gewahrsam genommen. Und genau das muss auch entsprechend umgesetzt werden, wenn wir als Rechtsstaat klar erkennen, dass diese Leute auf andere Weise nicht zu stoppen sind. Wir sehen ganz klar an dem Fall, Menschenleben zählt nicht. All die Relativierungen, die jetzt im Nachhinein kommen, wenn der Sprecher der Organisation das bedauert, aber dann trotzdem auf die Wichtigkeit des Kampfes hinweist, wenn Luisa Neubauer das bedauert, aber in der Vergangenheit sogar schon die Sprengung von Pipelines ins Gespräch gebracht hat, dann ist das doch alles völlig untauglich, hier wirklich sozusagen einen gewissen Wahrheitsgehalt rüber zu transportieren. Diese Leute wollen nur eins, sie wollen uns ihre Ideologie aufdrücken, koste es, was es wolle, eben auch Menschenleben. Und unser Rechtsstaat kann dem nicht weiter tatenlos, mehr oder weniger tatenlos zusehen. Wir müssen jetzt die entsprechend harten Maßnahmen gegen diese Leute umsetzen. Ich sage es nochmal, das fängt an mit einem robusten, einschreitenden Polizei gegen diese Störer auf der Straße, gegen diese Extremisten auf der Straße, geht dann gegebenenfalls im Vorfeld schon über den Präventivgewahrsam und im Nachgang bezüglich der harten Bestrafung durch die Justiz. Und natürlich muss die Politik klar und deutlich artikulieren, dass sie nicht gewillt ist, das hinzunehmen. Wenn wir das nicht schaffen, wenn wir die weitermachen lassen, Ja, wenn ein Bundeskanzler Scholz dann lediglich äußert, dass sich diese Leute durch diese Aktion keine Freunde gemacht hätten, dann zeigt das doch, wie zum Teil ideologisch verbohrt hier argumentiert wird von Seiten zentraler Regierungsstellen. Das, sage ich Ihnen auch ganz offen, stellt aus meiner Sicht an sich schon eine Gefahr für unsere Demokratie dar. Das, was wir hier von Seiten der Regierenden erleben müssen, alles, was in ihre Ideologie passt, ist in Ordnung, wird verharmlost relativiert. Und alles, was eigentlich zu einer Demokratie wirklich gehört, denken Sie an die Corona-Proteste, das wird entsprechend von höchster Stelle aus diffamiert, stigmatisiert. Also wir tun gut daran, so schnell wie möglich dafür zu sorgen, dass die derzeit Regierenden durch fachkompetentes und entscheidungsfreudiges Personal ersetzt wird. Ja, gehen wir noch mal näher auf die eben genannte schillernde, aber genauso fragwürdige Person Tazio Müller ein. Er war es, der auch mal konkret damit drohte, wer Klimaschutz verhindert, schafft eine grüne RAF. Wie real stufen Sie die Gefahr so einer grünen RAF ein? Und wie konnten sich diese Aktivisten so radikalisieren über Jahre, ohne dass Behörden und Justiz das mitbekommen haben? Weil man eben nichts dagegen getan hat. Man hat das erkannt, noch mal, ich bin seit Jahren quasi daran, dieses Phänomen klar zu beschreiben, klar zu benennen und auch entsprechende Maßnahmen dagegen zu fordern. Das Bedauerliche ist, dass im politischen Betrieb immer erst dann reagiert wird, wenn etwas passiert. Und natürlich ist doch klar absehbar, dass das in Richtung grüne RAF läuft, Klima-RAF läuft. Also genau so hat es doch bei der RAF auch angefangen damals. Die haben auch zuerst gesagt, wir wenden Gewalt gegen Sachen an und das ist legitim. Und dann war es nur noch ein kleiner Sprung, bis man dann auch Gewalt gegen Personen angewandt hat. Und wenn Sie sich diese ganze Melange anschauen, wie dort ganz offene Bezüge auch zum harten Linksextremismus bestehen, wie dort bestimmte exponierte Vertreter quasi mehr oder weniger schon den offenen Terror erklärt haben, denken Sie nur an Extinction Rebellion, dann haben wir ganz klar zu prognostizieren, wenn die Politik nicht reagiert, dann wird das ausufern. Dann ist die massive Beschädigung wichtiger Infrastruktur und vor allem auch die billige Inkaufnahme oder die vorsätzliche Tötung von Menschen nur noch eine Frage der Zeit. Und deshalb brauchen wir jetzt Innenminister in unserem Land, die diese Gefahrenlage klar erkennen, klar benennen und ganz massiv mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden gegen diese Leute vorgehen. Ja, Sie haben die Rolle der Regierung schon angesprochen, die mit Sicherheit von vielen auch Ideologen unterwandert ist, aber vielleicht nicht nur. Der Justizminister Buschmann war gestern kurz in der Bundespressekonferenz und hat nochmal klargestellt, dass wir alle gleich sind und alle unter dem auch Gesetz stehen. Wird sich der Wind seitens der Ampelregierung doch nochmal drehen können oder wird es so bleiben, wie es ist? Ich würde es mir ja wünschen, allein mir fehlt der Glaube. Dafür sind die ideologischen Verbindungen und Verknüpfungen zumindest von Seiten der SPD und der Grünen so stark, dass mir wirklich jegliche Fantasie fehlt, wie das jemals sich wenden sollte. Nein, man sieht jedes Mal, wenn so etwas passiert, kommen automatisch die Relativierungsreflexe von Seiten der Regierung. Da wird sich nichts ändern, da brauchen wir uns keine Illusion hingeben. Was wir brauchen, ist eine andere Regierung. Das war ein gutes Schlusswort. Ich danke Ihnen, Herr Hess, für Ihre Zeit. Ebenso, mach es gut. Vielen Dank.